Was sagt eine Gurke zum Tintenfisch? Eine Gurke zum Tintenfisch? Ja, genau. Äh, ich weiß mich nicht. Ja, passt. Raten Sie mal weiter. Bitte was? Raten Sie mal weiter. Ja, ich weiß mich nicht und dann, äh, ja. Eigentlich nicht viel. Joghurt mit Tomatensauce. Und freigbarer Blickblack. Der war gut, ne? Der war gut, ja. Sie haben den auch verstanden, ne? Ja, klar. Ja, erklären Sie den mal. Ja, also, äh, Joghurt insofern als der Tintenfisch, war kein Joghurt produziert, aber Flüssigkeit. Ja. Und dadurch eben Joghurt entsteht. Ja, ja, ja. Perfekt. Ist zwar nicht ganz logisch, aber egal. Doch. Perfekt.